Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese spannende Aufgabe mitgebracht, bei der wir herausfinden sollen, welche von diesen beiden Zahlen die größere ist. 50 hoch 99 oder eher doch die 99 Fakultät. Und das Schwierige an dem Ganzen ist, dass die Zahlen so riesengroß sind, dass uns der Taschenrechner da auch nicht mehr weiterhilft. Also wenn ihr die eintippt, kommt da einfach nur noch Error raus. Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden, wie wir da argumentieren können, welche von beiden größer ist. Ihr könnt ja gerne erstmal selbst ein bisschen probieren, wie ihr vorgehen würdet. Ich zeige euch jetzt mal einen Weg, wie man hier vorgehen kann. Und zwar schauen wir uns dazu erstmal die Zahlen an. Also 50 hoch 99 ist ja einfach nur eine abkürzende Schreibweise für 50, wird mit sich selbst multipliziert und nochmal mit sich selbst und so weiter und so fort die ganze Zeit und zwar 99 Mal. Also wir erhalten eigentlich ein Produkt, in dem 99 Faktoren vorkommen. Also 99 Mal wird die 50 mit sich selbst multipliziert. Wie sieht es bei der 99 Fakultät aus? Da ist es so, dass man bei der 99 startet und auch multipliziert, aber jetzt abwärts. Also die nächstgrößere Zahl ist 98, dann 97 und so weiter abwärts bis zur 1 runter. Das heißt, die letzten drei Faktoren heißen eben 3 mal 2 mal 1. Und wenn wir hier hinschauen, dann sehen wir auch hier, dass dieses Produkt aus 99 Faktoren besteht, was sehr gut ist, denn dann können wir die beiden Produkte auf jeden Fall besser vergleichen. Das habe ich jetzt mal nochmal hier hingeschrieben und wir schauen, wie wir das Ganze vergleichen können. Auf der linken Seite haben wir ja nur die 50er die ganze Zeit. Hier ändern sich die Zahlen ja von 1 bis 99. Aber die 50 kommt hier ja auf jeden Fall auch vor. Hier in diesem Mittelteil wird irgendwo die 50 liegen. Und zwar nicht irgendwo, sondern zwischen 1 und 99 ist die 50 exakt die Mitte. Also die 50 teilt sozusagen dieses Produkt hier in zwei Teile. Einmal in den Teil, der dann abwärts mit 49 mal 48 und so weiter bis zu 1 runter multipliziert. Und in den Teil oberhalb, der mit 51, 52, 53 weiter bis zu 99 wieder hoch geht. Das können wir mal aufschreiben. Also dass wir sagen, wir haben hier die goldene 50 in der Mitte, rechts davon eben das Produkt von der 49 bis zur 1 runter und links davon das Produkt von der 99 bis zur 51 runter. Okay, dasselbe können wir aber tatsächlich mit unseren 99 Faktoren hier auf der linken Seite auch machen. Dann ist es halt nur nicht so spannend, weil die Faktoren die ganze Zeit 50 heißen. Aber auch hier haben wir natürlich in der Mitte irgendwo eine 50 liegen, die wir als grüne 50 markieren können. Und die auch dieses Produkt in zwei Teile teilt. Einen Teil, der danach halt schon wieder mit 50 mal 50 und so weiter geht und davor halt eben auch mal 50 mal 50. Die Teile sind dann nicht so spannend. Aber wir können es machen, weil wir 99 Faktoren haben. Wir wissen, es gibt eine Mitte, also die kann ich mal auch hier hinschreiben. Und danach geht es eben weiter mit 50 mal 50 mal 50 mal 50. Und davor gibt es auch einen Teil mit den restlichen 50ern. Aber immer schön unsere grüne 50er Mitte. Das heißt, wenn wir es jetzt mal vergleichen, wo wir unsere grüne Mitte hier gesetzt haben, dann sehen wir, dass wir hinter unserer Mitte 49 Faktoren haben. Ich schreibe mal 49 mal, also dass wir hier 49 verschiedene Zahlen haben. Hier links von unserer Mitte haben wir die restlichen 49, weil insgesamt müssen es ja 99 sein. Und die Mitte bleibt aus, dann gibt es noch 49 rechts und 49 links. Und dasselbe passiert ja hier, weil wir auch 99 Faktoren haben. Haben wir gesagt, die Mitte ist grün und rechts davon haben wir 49 Faktoren. 49 mal die 50 und links davon 49 Faktoren. Also dass wir das Ganze jetzt einfach mal geteilt haben. Also wir haben noch nichts wirklich gemacht, wir haben es nur ein bisschen strukturiert. Und das steht jetzt mal nochmal hier, dass wir das besser vergleichen können. Denn jetzt ist es ja so, dass von unserer Mitte aus gesehen stehen hier jetzt alle Zahlen, die größer als 50 sind. Und rechts von der Mitte stehen alle Zahlen, die kleiner als 50 sind. Ist natürlich blöd zu vergleichen, weil hier stehen ja Zahlen, die exakt 50 sind. Und deswegen können wir ja ein bisschen umsortieren und ein paar Päckchen basteln. Und zwar, wenn wir die größte und die kleinste Zahl zusammenpacken. Also einfach nur umsortieren, dass die nicht am Anfang steht und die am Ende, sondern sagen 99 mal 1, die schreibe ich jetzt mal direkt hintereinander. Wir können das auch in so einer Klammer schreiben, dass wir sagen, das ist jetzt ein Päckchen. Dann das nächste Päckchen, die nächstgrößere Zahl, ja, oder die zweitgrößte Zahl, die wir hier haben, ist die 98. Die wird mit der zweitkleinsten Zahl zusammengetan. Das ist die 2 und so weiter und so fort bis zu der 51, die mit der 49 zusammengetan wird. Und übrig bleibt diese 50 in der Mitte. Die hat keinen Gegenspieler, die bleibt alleine. Macht ja aber nichts. Diese 50 haben wir auch hier. Das heißt, wir haben jetzt wie viele Päckchen hier gebildet. Von 1 geht es hier bis zu 49. Also 49 Päckchen. Klar, wir haben 49 Päckchen hier gehabt. Die haben wir mit denen verbunden. Dann haben wir hier insgesamt 49 Klammerausdrücke jetzt gebastelt. Dasselbe können wir hier machen. Also, dass wir sagen, ist jetzt nicht so spannend, aber die 50 mit der 50, die verbinden wir. Also 50 mal 50 können wir dann auch als 50 hoch 2 schreiben. Das ist unser erstes Päckchen. Das zweite Päckchen ist die nächste 50 mit der 50. Also auch da haben wir dann überall so 50 hoch 2 Päckchen. Wie viele? 49 davon können wir bilden. Und diese grüne 50 in der Mitte, die hat keinen Gegenspieler. Die bleibt alleine. Genauso wie hier. Macht ja aber nichts, weil die können wir ja perfekt vergleichen. Die sind beide gleich groß. Die kann man dann eigentlich auch vernachlässigen. Aber wir lassen sie mal stehen. Dann kann man besser sehen, was wir da gemacht haben. So, das habe ich jetzt mal nochmal hier hingeschrieben. Und wir müssen jetzt nur noch eine Sache vergleichen, nämlich die einzelnen Päckchen. Wir haben ja hier 49 Päckchen, hier 49 Päckchen. Und wenn wir jetzt rausfinden, dass hier das erste Päckchen zum Beispiel größer ist als dieses Päckchen und auch das zweite Päckchen größer ist als dieses Päckchen und jedes der 49 anderen Päckchen größer ist als die hier auf der Seite, dann haben wir gezeigt, dass diese Zahl hier insgesamt größer ist als diese. Wir wissen es nicht, ob es größer oder kleiner ist, aber nur so vom Prinzip. Das Problem ist nur, wir testen ja jetzt nicht 49 Päckchen, ob die da so passen. Da muss noch eine Struktur hinten dran stecken, die uns das Ganze vereinfacht. Schauen wir mal hier, nämlich die Zahlen 99 und 1, 98 und 2, 51 und 49. Fällt euch da auf, dass die jeweils zusammen addiert immer 100 ergeben? Also auch hier 100, hier 100. Das heißt, die Mitte zwischen diesen beiden Zahlen ist immer die 50. Also hier exakt zwischen diesen beiden Zahlen liegt die Zahl 50 und auch hier liegt die Zahl 50. Wenn wir hier 1 dazu addieren, landen wir bei der 51. Wenn wir 1 abziehen von der 50, landen wir bei 49. Genauso hier, wenn wir 48 dazu rechnen, landen wir hier. Wenn wir 48 abziehen, landen wir bei der zweiten Zahl. Und hier natürlich auch 49 dazu rechnen oder 49 abziehen. Er kennt ja da die Struktur, dass wir die 99 dann schreiben können als 50 plus 49. Das ist jetzt wirklich nur die erste Zahl, hier die 99. Das wird dann multipliziert mit der 1 und die können wir eben schreiben als 50 minus 49. Und diese Struktur zieht sich überall durch in jedem dieser Päckchen. Also beim zweiten, wenn wir da von der 50 loslaufen und 48 dazu rechnen, landen wir bei der 98. Und um bei der 2 zu landen, würden wir bei der 50 loslaufen und 48 abziehen. Und das geht so weiter bis eben zum letzten Päckchen, wo wir 50 plus 1 haben und 50 minus 1. Und diese Struktur hier ist perfekt, denn wir haben zwei Klammern, die miteinander multipliziert werden. Einmal haben wir ein Plus in der Klammer, einmal ein Minus. Ansonsten stehen in den Klammern jeweils dieselben Zahlen. Das schreit nach der dritten binomischen Formel, die es uns super einfach macht, wie man das hier ausrechnen kann. Die sagt nämlich, quadriere die erste Zahl, also 50 zum Quadrat. Und ziehe davon das Quadrat der zweiten Zahl ab, also 49 zum Quadrat. Genauso hier, 50 zum Quadrat minus 48 zum Quadrat. Und es geht so weiter von der Struktur bis 50 zum Quadrat minus 1 zum Quadrat. Und wir wollten ja jetzt jedes Päckchen mit 50 hoch 2 vergleichen. Naja, das können wir sehr schnell machen, denn dieses, also das erste grüne Päckchen ist auf jeden Fall kleiner als 50 zum Quadrat, weil wir hier ja von 50 Quadrat noch eine positive Zahl abziehen. Dann ist das hier ja auf jeden Fall kleiner, als wenn wir nur 50 hoch 2 berechnet hätten. Genauso hier von 50 Quadrat ziehen wir noch was Positives ab. Das ist insgesamt kleiner als nur 50 zum Quadrat. Und es geht hier so weiter, jedes dieser Päckchen ist kleiner als 50 zum Quadrat selbst. Das heißt, das Päckchen ist kleiner als das erste Päckchen. Das Päckchen ist kleiner als das zweite Päckchen. Und so weiter und so fort für jedes dieser 49 Päckchen. Das heißt, diese Zahl hier ist insgesamt kleiner als die, die da ist damit, größer als die. Und wir haben in einem langen Weg gezeigt, dass 50 hoch 99 echt größer ist als 99 Fakultät. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Wege ihr gefunden habt. Ich bin echt gespannt. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Ich bin echt gespannt.